Hallöchen, liebe Bücherfreundinnen, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem neuen Video zur Rache des Sub. Wir schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus Februar 2021 an, also vor genau einem Jahr, und überprüfen, was habe ich schon gelesen, woran kann ich mich erinnern und welche Bücher liegen noch auf dem Sub. Für alle, die den Sub-Begriff vielleicht nicht kennen, das ist der Stapel ungelesener Bücher. Also das sind all die Bücher, die ungelesen im Regal auf dem E-Book Reader oder wo auch immer liegen. Bei mir zählen auch die E-Books auf den Sub dazu und ich wurde unter einem der letzten Rache des Sub auch mal gefragt, welche Konsequenz ich daraus ziehe und dazu gab es ja Ende letzten Jahres ein Video, wo ich mir all die Rache des Sub-Bücher, die übrig geblieben sind, aus dem ersten Halbjahr 2021 angesehen habe und dafür habe ich dann auch eine Spende getätigt und wenn das Buch eben noch länger auf dem Sub verweitert, als dann eben am Ende die längste Zeit, das halbe Jahr. Ja, so werden wir das auch weiter fortführen. Ich habe mir jetzt für Juni schon den Marker in die YouTube-Übersicht gemacht, dass wir uns hier dann wieder die Bücher aus dem zweiten Halbjahr 2021 anschauen und mal sehen, was dann vielleicht noch übrig bleibt. Ich habe die Bücher schon auf der Liste im Blick, aber ja, es gibt so viele andere manchmal tolle Bücher, die dann irgendwie dazwischen sausen. Ja, 21 Bücher sind letztes Jahr im Februar eingezogen, doch auch eine ganze Menge. Das hat der Februar manchmal eben auch nach Weihnachten und meinem Geburtstag noch an sich, aber wir gucken jetzt einfach mal rein, welche Bücher da noch offen sind. So, ich hoffe, dass das hier so einigermaßen passt mit dem Bildschirm in dieser Richtung, dass wir hier auch alle gut sehen können. Ah ja, da ist der erste Stein von Sibi bei mir eingezogen, deswegen zeige ich den hier auch so ganz wunderbar. Ja, richtig schön, ihre Edelsteine mag ich sehr gerne. Ja, das erste Buch ist von Medhaig. Die Mitternachtsbibliothek habe ich, ich glaube, bei Vorablesen gewonnen, ist direkt bei mir dann wieder ausgezogen, konnte mich gar nicht so begeistern, war vom Schreibstil her schon sehr gut. Ich glaube, Medhaig kann definitiv schreiben, er kann was rüberbringen, aber ich habe mir unter dieser Idee, dass eine junge Frau ja im Grunde stirbt, sich selbst umbringt, dann in dieser Bibliothek landet, um dann eben verschiedene Lebensvarianten sozusagen zu sehen. In jedem Buch ist eine andere Lebensgeschichte, hat sie irgendwo einen anderen Abzweig gemacht. Ich habe mir das einfach anders vorgestellt, meins war es nicht. Uh, es geht schon direkt gut los. Ja, von Sapkowski sind die Kurzgeschichten Etwas endet, Etwas beginnt bei mir eingezogen, also schon mal das erste Buch für die Rache. Ja, ich habe ja die Hexersage, ich glaube, komplett in 2020 gelesen. Könnte sogar sein, dass ich den letzten noch erst im Januar gelesen habe, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich diese alte Version von Etwas endet, Etwas beginnt ertauscht. Und es sind da, glaube ich, zwei Geschichten auch nur rund um den Hexer, beziehungsweise es ist wohl auch eine Geschichte zu seinen Eltern dabei. Und dann aber andere Geschichten von Sapkowski. Und ich, ja, sehe das Buch im Regal, weil es steht bei den beiden Hexerbüchern. Und ich bin mir schon bewusst, dass das noch auf dem Sub liegt. Aber dass das jetzt schon wieder ein Jahr ist, ja, manchmal mir die Zeit vergeht. Oh, auch von Loki Schmidt auf dem roten Teppich ist noch auf meinem Sub. Das ist, glaube ich, eine Biografie direkt gewesen über Loki Schmidt. Also die Frau von, ja, ehemaligem Kanzler Helmut Schmidt. Ein Mann, den ich immer sehr beeindruckend fand, von dem ich auch zwei oder sogar drei, ja, Biografien, Dokumentationen gelesen habe. Und natürlich auch über seine große Liebe Loki Schmidt. Und da war, glaube ich, auch gar nicht alles so einfach. Und ich glaube auch, dass Helmut Schmidt schon so ein bisschen ein schwerer Nöter ein bisschen war, dass das gar nicht so einfach war. Aber ich bin da sehr gespannt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das schon so lange da liegt. Aber Biografien sind natürlich schon was, worauf man auch ein bisschen Lust haben muss, weil man natürlich auch in das echte Leben von einem Menschen blickt. Und ja, das ist schon so ein Gefühlsding. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mal im Auge behalten. Das ist ein Buch. Ach, das habe ich jetzt letztens erst gelesen. Das ist dieser lange Winter im Irgendwas. Ich kann es gerade gar nicht lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch erst Anfang Februar gelesen. Ein langer Winter am Ende der Welt oder irgendwie so. Ich sehe es leider gerade nicht so genau. Und ja, das habe ich jetzt erst gelesen. Also, puh, Glück gehabt. Einfach, weil es ein Winterbuch war und auf meiner Winterleseliste, sage ich jetzt mal, stand. Weil es macht natürlich schon den meisten Sinn, Winterbücher und Bücher, die in eises Kälte spielen, dann eben durchaus auch in dieser Zeit zu lesen. Leider habe ich es abgebrochen. Es war sehr langweilig. Es ging nur um Kälte, um Gejammer. Es ging nur um Schnee. Und ja, das könnte man natürlich meinen, bei einem Mann, der eben in der Arktis oder Antarktis abstürzt, dass das logisch ist. Aber ich fand es sehr langweilig. Ich fand es sehr langgezogen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich damals drauf kam. Ich habe das irgendwo gesehen oder habe ich die Autorin irgendwo erkannt. Also, dass da jemand geschwärmt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, von Stefan Ort. Gott sei Dank ein Buch auch, das ich gelesen habe. Couchsurfing in Saudi-Arabien. Von Stefan Ort gibt es einige Bücher in diese Richtung. Und hier ist er relativ kurz, bevor das mit dem großen C anfing, auch nach Saudi-Arabien gereist. Also, so lange darf man das noch gar nicht so richtig als reiner Tourist. Und schon gar nicht als Backpacker. Und da erzählt er dann eben so seine Erfahrungen, wie er aufgenommen wurde. Wie das so ein bisschen auch mit dem reinen Couchsurfing funktioniert hat. Also, ob man Leute findet, die einen bei sich übernachten lassen. Wie auch die Menschen so ticken. Wie offen sie sind. Was er sonst für Erfahrungen in Saudi-Arabien gemacht hat. Jetzt ist es natürlich in diesem Land durchaus einfacher, als Mann unterwegs zu sein, als als Frau. Das war ja lange Zeit zum Beispiel als unverheiratete Frau auch gar nicht möglich, allein einzureisen. Und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Die Jahre ohne uns von Barney Norris. Ja, habe ich auch jetzt im Februar tatsächlich erst gelesen. Wir waren es gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, das ist erst so im April, Mai eingezogen. Aber okay. War ein Rezensionsexemplar, was mich sehr angesprochen hat. Weil wir hier eigentlich, so dachte ich, zwei Personen haben, die uns ihre Geschichte erzählen, wie die Zeit eben ohne einander war. Hat mir nicht gefallen. Habe ich ebenfalls abgebrochen. Fand ich schade. Von Tisi Boyle ist Sprich mit mir eingezogen. Das habe ich auch letztes Jahr gehört. Ich fand das ganz spannend. Wir hatten hier ein Experiment. Ich glaube, das war auch ein bisschen zurückgelegt. 1960, also ein fiktives Experiment, wo mit Affen experimentiert wurde. Und hier eben eine junge Frau, eine Forscherin mit dem Affen Kontakt aufnehmen kann. Also mit ihm auch sprechen kann. Sowas gab es ja mehr oder weniger auch schon mit einer Gorilladame, die dann eben die Gebärdensprache gesprochen hat. Und hier wird eben klar, dass sich die junge Frau, dass da Gefühle entstehen zwischen dem Affen und ihr. Und das wird so von Tisi Boyle ein bisschen beleuchtet. Also ich fand es gut. Aber mir ist auch vor dem Buch schon klar gewesen, dass Tiere Gefühle und Gedanken haben. Und dieses ständige Draughauen habe ich nicht verstanden. Also Draughauen im Sinne von, ja. Ja, Jeffrey Archer, Söhne des Glücks, gesprochen von Richard Bachenberg, wurde auch gehört. Ich mag die Geschichten von Jeffrey Archer sehr gerne. Auch wenn bisher nichts an die Kliften-Sage herankam. Ich mag auch Richard Bachenberg als Sprecher sehr, sehr, sehr gerne. Ich höre ihm unglaublich gerne zu. Und das habe ich definitiv auch schon gehört. Ich glaube, da ging es auch um zwei, waren das Brüder? Waren das verschiedene Richtungen, die die eingeschlagen haben? Irgendwie in so eine Richtung ist das gegangen. Manchmal überlappen die Geschichten von Jeffrey Archer auch in meinem Kopf. Weil doch sehr vieles, gerade das Politische und so, manchmal sehr ähnlich ist und auch viel Raum einnimmt in seinen Büchern. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall gehört. Jeffrey Archer verweilt als Hörbuch mit Richard Bachenberg in der Regel nicht so lange. Und jetzt quatscht die Steffi hier so stundenlang. Poppy J. Anderson ist Geheimzutat Liebe bei mir eingezogen. Das ist, glaube ich, der Auftakt einer Reihe. Das habe ich im letzten Jahr, ich glaube, irgendwann im Sommer gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es beendet habe. Ich habe das nur in so einer Okay-Erinnerung. Das sind wir, glaube ich, bei irgendeinem ganz bekannten Koch. Und dann haben wir noch eine Perspektive von einer jungen Frau. Und irgendwie verlieben die sich dann ineinander, wie das ja immer mal so ist. Und ich wage, glaube ich, auch mein erstes Buch von Poppy J. Anderson, die wirklich sehr regelmäßig und auch bekannte Bücher herausbringt und auch sehr erfolgreich ist. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, wie ich es tatsächlich fand, ob ich es beendet hatte oder nicht. Oh, willkommen in Night Valley, das dritte Sub-Buch sozusagen auf, ja, in diesem Monat. Oh mein Gott, und wir sind, glaube ich, erst bei der Hälfte. Ja, das hört sich total schräg an, spannend, ist irgendwie humoristische, satirische Science-Fiction und ist deswegen auch mal, ich glaube, über, ich weiß gar nicht mehr, über ein Medimops Reba-Paket bei mir eingezogen. Ist noch nicht gelesen. Phil hat es ja letztes Jahr im Zuge des Kingsianers Pick My Sub dann auch gelesen und war sehr begeistert und ich glaube, das darf auch gar nicht mehr so lange auf meinem Sub liegen. Ich habe ja immer mal so Phasen, wo ich, ja, auch gerne wirklich zu Science-Fiction greife, greife. Und, ja, da würde es, glaube ich, einfach bei der nächsten, ja, Bahn dann einfach mit dabei sein oder bei der nächsten Fuhre oder der nächsten Lust. Und, ja, was überleg dich, Steffi, da so lange? Ah, oh Gott, das hört heute nicht auf. Der zweite Teil ist das, glaube ich, von Walter Mörs, oder? Ich bin mir jetzt gerade, nee, der Schrecksenmeister, ah, den habe ich gelesen, Gott sei Dank. Den Schrecksenmeister von Walter Mörs habe ich letztes Jahr gelesen. Mir hat ja die Stadt der träumenden Bücher unglaublich gut gefallen. Ich hatte da super viel Spaß und, ja, es ist der Schrecksenmeister, ich das richtig sehe. Und ich habe das Buch, ich glaube, auch letztes Jahr dann im Zuge des Kingsianers Pick My Sub gelesen. Fand ich wieder sehr, sehr schön. Walter Mörs ist kreativ und wirklich fantasievoll. Und da kommen wir direkt zu 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Und das habe ich noch nicht gelesen. Nein, 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 nein. Ach, das ist aber heute eine Katastrophe. Ja, es sind die 13,5 Geschichten des Käpt'n Blaubeers. Und ich werde vielleicht mal gucken, ob es das auch irgendwie als Hörbuch gibt. Weil die Stadt der träumenden Bücher hat ja Dirk Bach eingesprochen. Wirklich großartig. Und vielleicht hat er ja noch das eine oder andere von Walter Mörs gesprochen. Den Käpt'n Blaubeer kennt man ja, ich glaube, aus der Sendung mit der Maus. Und ich mochte da diese Clips immer super gerne. Und er ist natürlich auch so ein Abenteurer und so ein Märchenerzähler. Und er übertreibt auch immer wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Buch tatsächlich was mit dem direkten Käpt'n Blaubeer zu tun hat. Also, dass man bei der Maus im Grunde die Geschichte irgendwie aufgegriffen hat. Oder wie das zustande gekommen ist, das müsste ich mich dann nochmal schlau machen. Aber es ist noch ungelesen und es ist, ja, es ist heute irgendwie, ja. Ah, aber Bridgerton, der Auftakt dieser Buchreihe, der Duke und ich von Julia Quinn, ist gelesen. Mir hat ja die Serie sehr gut gefallen mit so zwei, drei stärkeren Kritikpunkten. Und dann dachte ich aber trotzdem hier, ich gucke mir jetzt mal das Buch an und schaue, ob ich die Buchreihe weiterlese. Und muss tatsächlich sagen, dass ich das Buch okay fand, aber die Serie besser. Weil ich die moderne Umsetzung richtig toll fand. Ich mochte dieses Alt auf Neu und Neu auf Alt gemachte irgendwie sehr, sehr gerne. Und ich fand, die Geschichte war wirklich gut erzählt. Also natürlich ist hier der Fokus noch ein bisschen anders und nur auf diesen Paar. Während man ja in der Serie durchaus schon die anderen Charaktere auch ein bisschen mit eingebaut hat. Sodass dann eben auch die Serie in sich, wenn sie weitererzählt hat, ein bisschen mehr Sinn macht. Oder man eben Charaktere länger verfolgt. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir die beiden aus Staffel 1 vielleicht dann nochmal so am Rande irgendwie sehen. Ich mochte das Buch gerne, aber ich hatte nicht den direkten Drang, danach dann mit Band 2 oder so weiter zu machen. Das ist ja glaube ich auch so eine 8- oder 9-teilige Reihe. So begeistert hat es mich dann nicht. Das Patriarch der Dinge von Rebecca Endler habe ich auch gelesen. Warum die Welt Frauen nicht passt. Und ich fand es sehr schwierig. Ich habe es auch nicht beendet. Ich habe es auch nur angelesen. Ich fand es sehr aggressiv ist glaube ich das falsche Wort. Ich fand es schon sehr erhaben über allem. Und sehr vorwurfsvoll gegenüber der Männerwelt. Und ja, das mag in manchen Zügen schon stimmen. Aber auch die Männer, die eben heute Männer sind, die können ja nichts für Entscheidungen von vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Und ich finde es falsch, da immer den Männern jetzt so einen Vorwurf zu machen, weil eigentlich können die genauso wenig für irgendwas wie wir selbst. Also am Ende gibt es ja auch genügend Männer, die jetzt Feministen sind und sagen, sie kämpfen dafür, für eine Gleichberechtigung. Fand ich nicht so gut, deswegen habe ich es dann auch nicht zu Ende gelesen. Das müsste Petra Hartlieb, der Frühling in Wien sein. Ach, Steffi hat es doch mal ein bisschen anders. Ja, ich glaube schon, aber es ist vollkommen egal, welcher Teil das ist. Ich habe alle vier Teile, die es bisher gibt. Und es ist glaube ich jetzt auch, der abschließende Band war der Herbst. Ja, wenn es Frühling wird in Wien. Habe ich alle vier Bände gelesen, waren für mich wirklich ein kleines Highlight. Ich fand diese historische Geschichte rund um den Dichter Arthur Schnitzler richtig toll. Wir erleben ja hier sein Kindermädchen, so ein bisschen ihre Probleme zu Beginn, wie sich dann das Leben in Wien macht. Und wie sie sich dann eben auch in den Haushalt einfühlt, wie sie selbst dann im Grunde ja so erwachsen wird. Und dann auch einen Mann kennenlernt, einen, der in der Bücherei, nein, in einem Bücherhandlungsgeschäft, meine Güte, fällt mir dieses Wort in einer Buchhandlung, meine Güte, Steffi, nicht mehr ein. Ja, da arbeitet er und das ist die Geschichte davon. Und wir sind irgendwie in den 1920er Jahren, glaube ich, beginnt es eben in Wien. Und ja, hat mir super gut gefallen. Petra Hartlieb hat das ganz, ganz toll gemacht. Jetzt habe ich ein blaues Buch, irgendwas mit Glück, Happiness, auf jeden Fall noch nicht gelesen. Oh mein Gott, das ist ja hier schrecklich. Das Geheimnis des Glücks, das Happiness-Projekt oder irgendwie so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Und habe das dann, glaube ich, tatsächlich auch irgendwie ertauscht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, um was es so geht. Also wahrscheinlich, wenn es um Richtung Happiness und Glück geht, wie man das eben sucht, wie man es findet, wie man es erkennt. Was einen denn alles glücklich machen könnte, sollte, müsste. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Also ich habe es noch nicht gelesen. Oh mein Gott, das ist ja hier eine ganz schlimme Rache. Was ist denn hier los im Februar? Sollte ich mal bei den diesjährigen Februar-Neuzugängen drauf achten. Aber ja, noch nicht gelesen. Ja, ich würde es bei den Sachbüchern sagen, ähnlich wie bei den Biografien. Man muss in Stimmung sein. Mehr Ausreden fallen mir gerade jetzt auch nicht ein. Oh mein Gott, da. Ja, Maike, ich fühle gerade sehr, wie du dich sonst vielleicht aber so fühlst. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, so einen schlechten Monat hatte ich tatsächlich auch noch nie. Und das sind ja eigentlich nur 21 Bücher. Dann gleich das nächste Buch auf der Liste. Final Cut von Veiz Edzold ist bei mir eingezogen. Ist ja, ein Buch. Ich glaube, da habe ich zwei Thriller von einem guten Freund geschenkt bekommen. Mit dem Hinweis, ah, die Thriller sind großartig. Die werden dir gefallen. Die sind zwar blutrünstig, aber du wirst sie lieben. Und ich so dachte, okay, blutrünstig. Ja, das wäre mein erster Thriller von Veiz Edzold. Veiz Edzold, ich habe von ihm noch nichts gelesen. Noch keinen Thriller. Ich weiß auch nicht mehr, um was es in Final Cut geht. Mir war, glaube ich, bisher noch nicht so nach blutigen Thrillern. Aber ich muss mich da, glaube ich, mal in Thriller-Laune wiederbringen. Vielleicht greife ich dann einfach mal dazu. Für mich sind auch Thriller, ja, da muss ich auch ähnlich wie bei Biografien und Sachbüchern in Stimmung sein. Und das ist dann Saving Grace. Das ist der zweite Thriller von ihm gewesen. Den habe ich auch schon gelesen. Den habe ich auch sehr gefeiert. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da geht es ja um meinen Ehepaar, die ein scheinbar perfektes Leben führen. Aber irgendwas stimmt da doch nicht. Man kann es so zwischen den Zeilen irgendwie erkennen und lesen. Und den fand ich richtig gut. Also da war viel Zwischenmenschliches und zwischen den Zeilen. Und das fand ich richtig gut gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, irgendwie was habe ich im Kopf, was ich nicht so gut fand. Aber den fand ich auf jeden Fall spannend. Und da musste ich dann meinem guten Freund auch Recht geben und sagen, ja, da hast du Recht. Der war definitiv gut. Ist mittlerweile auch schon weitergewandert. Und ja, also bei Thriller lese ich in der Regel auch nicht unbedingt zweimal. Aber ja, zumindest einer der beiden Bücher ist dann aus dieser Ausbeute schon gelesen. Dann ist Monologie bei mir eingezogen. Da geht es eben um die Wirkung des Mondes auf die Menschen, auf den Körper, auf die Umwelt. Und ich habe es auf jeden Fall gelesen, weil es war, glaube ich, auch ein Rezensionsexemplar. Ich weiß auch, dass ich mir dann noch so Mondkarten mit dazu gekauft habe. Ich glaube, es war mir einfach ein bisschen zu oberflächlich, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, ich fand es gut und auch so für den Einstieg ganz gut. Aber so richtig mehr kriege ich da auch nicht mehr zusammen. Ja, Gott sei Dank gelesen. Aurora erwacht von Jay Christoph und Amy Kaufman. Jugend, Science Fiction im Weltraum und eben rund um Aurora herum war ein toller Auftakt. Hat super viel Spaß gemacht. Der zweite Band liegt auch schon hier, wird auch von uns gehört bzw. gelesen. Haben wir uns jetzt für den März vorgenommen. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht. Also ich mag den Humor von Jay Christoph, auch wie er hier mit Amy Kaufman so funktioniert. Man weiß natürlich nicht, wie haben die sich das aufgeteilt. Hat jeder eine andere Perspektive geschrieben, wie wir diese Crew kennenlernen. Und da kommt Frau Sunny. Gerade ist hier Samwise rumgehuscht. Jetzt kommt die Frau Sunny. Ja, ich mag die Bücher von Jay Christoph und ich fand auch hier die Kombination mit Amy Kaufman richtig toll. Von der gab es ja auch nochmal eine andere Buchreihe mit einer anderen Autorin im Gepäck. Und da habe ich ja, glaube ich, Band 1 und 2 auch gelesen und ich fand die ja auch sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich damals den dritten Band nicht gelesen habe. Ja, kann man manchmal nicht sagen. Es sind auch einfach zu viele Bücher, die irgendwo im Kopf umherspuken. Ja, das kann ich, das kann mir nicht jedes Einzelne merken. Aber der Auftakt hier war auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ich habe das Gold der Maori bei mir eingezogen. Ich habe das, glaube ich, auch ertauscht dann letztes Jahr. Und das habe ich angefangen und dann pausiert. Ja, also das war nicht so ganz meins. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit lag. Ich hatte es irgendwie im Sommer angefangen. Hat es dann auch mal so ein bisschen liegen. Habe da nochmal reingelesen. Ich bin da nicht reingekommen. Mittlerweile, es liegt auf jeden Fall nicht mehr im Regal. Ich sage jetzt mal, ist es dann wahrscheinlich auch erst mal auf den Dachboden gewandert. War irgendwie nicht so meins, obwohl ich das rund um die Maori schon super spannend gefunden hätte. Aber ja, war nicht so ganz meins. So, und das waren sie jetzt, die 21 Neuzugänge. Ich zähle sechs ungelesene Bücher. Angefangen mit den Kurzgeschichten von Sapkowski, das Buch von Loki Schmidt, Night Valley, 13,5 Lebens, Captain Blaubeer, Happiness, Glücksprojekt und dann der Thriller Final Cut. Ja, ich glaube, so einen schlechten Monat müsste ich mal in meiner Geschichte mal angucken. Hatte ich noch nie. Sechs von 21 ist mir persönlich schon zu viel. Also, wie konnte das nur passieren? Ja, es wird sich auch gar nichts rausreden. Ja, landen jetzt auf der Liste, dass sie demnächst gelesen werden und hoffe, dass das irgendwie klappt. Hoffen wir mal, dass dann im März irgendwie besser aussieht. Und nein, ich gucke in der Regel also nicht nach, was jetzt im März dran käme, sondern ich lasse mich durch die Videos genauso überraschen. Manchmal habe ich ein Zeitgefühl, wann ein Buch bei mir eingezogen ist oder... Aber wie auch gesagt, bei den einen beiden Büchern hätte ich gar nicht gedacht, dass die jetzt schon im Februar seitdem da sind, sondern da hatte ich die viel später in Erinnerung. Aber ich hatte letztes Jahr eh ein bisschen ein schwieriges Buch, ja, also was die Erinnerungen und sowas angeht überhaupt. Und ja, gut, sechs Bücher von 21, das ist schon heftig, aber nichts, was man nicht irgendwie bewältigen oder hinbekommen könnte. Vielleicht kennt ihr ja auch schon eins der sechs Bücher, dann schwärmt bitte in den Kommentaren. Macht es mir schmackhaft und da kriegen wir das oder kriege ich das auf jeden Fall auch hin. Und ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. Also, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.